Ich meine, ich habe am besten so einen, den, den du reißen kannst. Ich habe aber die Kleinen, die es jetzt gibt beim Küken. Ich meine, ist das nicht lieb. Jetzt haben sie es eigentlich, ob die checken, dass sie prier sind? Das habe ich mir auch schon gefragt, ob sie es riechen noch oder so irgendwas. Wie hat denn er, glaube ich, auch geschnitten worden ist mit ihrer Schau so alles raus? Der hat doch gar keine gekriegt. Du hast nicht mal was gemerkt. Das einzige Problem war, dass er sie zehn Tage lang nicht ins Wasser lassen hat dürfen. Ah, Wasser hat es. Ja, ja, voll. Er geht sogar in den Dumpel hinein schwimmen. Du, er, inzwischen, sofort nicht zu holen. Ich will aber, dass du aber durchs Vorgehen, Alex. Vielleicht, wenn der Haar das vorgeht. Ja. Ja. Ja.